So eine Scheiße. Jetzt habe ich die vierte und letzte Sitzung für heute, oder das letzte Set für heute, gemacht und habe extra schön hier in den Gang und auf die Toilette gesucht, weil im Flugzeug schlafen wir alle. Und ab und zu passiert das, dass ich vergesse hier drauf zu drücken, weil das sieht man nicht. Bei Video sieht man das, bei Zeitrafen sieht man das nicht, ob das läuft, beziehungsweise man sieht es nur unten ganz leicht. So eine Kacke. Aber die letzte Minute mache ich noch mit euch live. Gucken, ob man das sehen kann. Keine Ahnung, ob man das sieht. Wurscht. Die letzten 40 Minuten für heute. Die clockaaa an. Jetzt kommt der schönste Tag, nämlich Tageszusammenfassung. 2.857 Euro, trotz Rückreise. Einen schönen Tag.